So, cardio-intensiv. Wir haben ja gesagt, Chris sollte schwitzen. Er schwitzt. Und zwar wie die S... So soll es auch sein. Da wollten wir hin. Und das geht natürlich nur, wenn er 90 Umdrehungen hält. Mindestens 90. Komm, feuerfrei. Das ist die zweite Runde. 20 Minuten haben wir schon. Das geht noch eine Runde. Nochmal ein Endsport von 10 Minuten. So sieht das gut aus. 154, so um die 150 Puls. Sagt viel weiter nach oben, dürfen wir nicht. Diese Woche machen wir noch gleichbleibendes Herz-Kreislauf-Training. Ab nächste Woche feuerfrei für Intervall. Ah ja. Sehr schön. So, das Ganze dauert jetzt nochmal. Wir haben schon 20 Minuten durch. Das ist der zweite Durchgang. Bei der zweite Durchgang nur noch 10 Minuten, weil ich denke, so wie ich das sehe, ist das dann für einen Chris absolut ausreichend. Aber Chris, da geht es gut, oder? Blöde Frage, nächste Frage.